Wir grillen heute Bisonfilet. Dazu gibt es Pili Pili aus dem Kongo. Wir versuchen ja mit Popol den ersten Rotwein im Kongo zu machen. Viele Grüße an alle meine Freunde am Lake Kivu. Dazu gibt es Spargel mit einer Teriyaki Sauce und wir trinken dazu den sensationellen Pulsar Sauvignon Blanc von unserem Freund Roberto Ferrari aus Tramin. Pili Pili ist eine Mischung aus sehr scharfen Pimentos und Knoblauch und Zwiebeln und kann einem schon mal auch richtig gut Schärfe geben. Dazu passt dieser Wein herausragend, denn er hat Blüten, er hat Frucht, er hat Holunder. Wir riechen hier schöne Grasnoten auch. Wir haben Aprikose, wir haben Pfirsich, wir haben ein bisschen Birne. Das nimmt die Schärfe auf und ist aber auch stark genug, um mit dem Fleisch mithalten zu können, denn Bison ist ein sehr kräftiges Fleisch. Außerdem hat er den Vorteil, dass er die Teriyaki Sauce vom Spargel noch mit aufnimmt und das ist wirklich eine wundervolle Gesamtkonstruktion, die ihr mal probieren solltet. Zum Wohnen! Das macht das sehr. Ja. Das macht das sehr. Das macht das sehr. Das macht das sehr. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020